Wow! Wow! Ah! 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 Speziallevel? Digga, also ne! Mir geht's gar nicht gut. Wenn euch das Video gefällt, dann gebt doch gerne einen Like und abonniert mich. Das Speziallevel von Welt 1 hab ich bereits in meinem Short durchgespielt, schaut gerne rein. Okay, Speziallevel von Welt 2, ich mach schauen wie sehr wir gefickt werden und wir kommen wieder direkt in den Wundersamen. Ach du Scheiße. Oh, so ne Timing-Geschichte. Okay, okay. Von unten kommt... Und von unten kommt Gift. Bedeutet, wir müssen hier echt ein bisschen... Oh mein Gott! What the fuck? Okay, es ist actually... Wenn man einmal drin ist, oh nein, geht die wieder weg. Ich weiß nicht, aber das Gift kommt von... Oh nein! 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 Ich hab die Münze! Ich hol die jetzt nochmal. So. Das kann nicht mehr lange gehen. Ich hab schon alle lila Münzen. Und die Zeit doch doch gleich... Das ist so, dass ich halt mit diesen einen Block Wandsprüngen... Okay, aber... Oh, ich... Ich bin im Flow, ich bin im Flow. Ja, 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 ja. Bam, okay. Oh, Welt 3 sieht ja sexy aus hell. Das ist aber ein normales Level, oder? Okay, das ist gar nicht so ein Challenge-Ding wie da vorne. Aber ich glaube, ein Level durchspielen mit so zielsuchenden Dinger von oben ist nicht so anstrengend wie da vorne. Okay, hier ist ja wundersam. Okay, ich laufe jetzt an der Wand. Ja, und wie komme ich hier durch? Ach so, ich muss mir den Weg freibomben lassen. Okay, sehr geil. Okay, das ist safe, eine lila Münze. Ich bin wie in einem... Wie nennt man das Game? Mir fällt der Name nicht ein. Ähm... Hier, dieses Spiel hier... Flipper, flipper mal nicht. Okay, hier bringen wir Abzeichen noch eh überhaupt nichts. Außer vielleicht das mit dem automatischen Superpilz. Aber das ist halt für Pussys, weil dann würde ich hier direkt schon ein Item bekommen. Machen wir den Weg frei. Wow, 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 wow. Gib mir die Coin und lass mich schnell weiter. Die Samen sind, glaube ich, immer die lila Coins. Nee, das ist nur ein Pilz. Das ist nur ein Pilz, aber egal, gib mir. Mach auf. Wow, wow, wow. Ich kann hier nicht ausbrechen. Ja, Bildruh, das ist Bildruh. Wie soll ich denn da ausbrechen? Vor allem immer diese Kackpassage hier. Warum muss ich die jedes Mal auf Neue spielen? Ja, und da ist das Ende ja auch schon. Komm schon, komm schon. Ja, das Level ist nicht schwierig. Was war das Problem? Ach, du heilige Scheiße. Obwohl, obwohl ich glaube, das wird geil. Ich glaube, das wird ein geiles Level, sage ich ehrlich. Wird der mich gerade nicht getroffen. Ja. Jetzt? Oh mein... Hä? Er hat sich nicht festgehalten. Er hat sich nicht... Äh, 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 äh... Oh nein, okay. Okay, habe ich verpasst. Sehe ich allen. Ich glaube, hier unten kommt gleich die nächste Zehner. Irgendwie so richtig weit, afiziell unten. Ne, oben. Huh. Huh. Äh, äh, bro. Ich hab gedacht. Ne, 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 ja, so hoch. Wie hoch ist der? Okay, jetzt weiß ich, dass hier unten gleich einer mit Azena-Coin kommt. Ein kranker. Schnell. Wohin? Okay, ich muss es wirklich schnell machen. Ist das kranker Scheiß? Ist das kranker Scheiß? Nein, geh runter. Nein, nein, die Zehner. Nein. Ja, und jetzt? Okay, mir fehlt die eine Scheiß-Szenermünze halt. Schade. Jungs, ich fass halt nicht, dass es bei mir irgendwie 16.30 Uhr oder so ist es schon so dunkel. Und, oh nein. Oh nein. Oh nein. Aber das ist noch nicht der Wundersame. Wie, wie, was? Sprachenlernen, Bubble. Was wird denn da dann passieren? Schnell. Okay. Gebt mir den Wundersamen. Ich will wissen, was dann passiert. Ja. Ja. Hä, ich hab schon zwei davon. Gibt's hier keinen Wundersamen? Doch. Achso, aber warte mal. Nee, das ist nicht so schlimm. Hier falle ich nur und muss. Okay. Ah, mit meinem Stick kann ich entscheiden, wie schnell und wie langsam. Ja, okay, aber das ist easy. Oh, das ist aber ein geiles Level. Oh, 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 oh. Und ich hab halt schon alle von den Lila-Coins, oder? Ja. Das war's schon. Super geil, die Idee, aber leider viel zu wenig. Da hätte mehr kommen können. Oder passiert jetzt noch was? Wie geil sieht der Hintergrund aus? Kann ich hier denn als Desktop-Hintergrund haben oder so? Guck mal, wie sexy das aussieht. Och, du Scheiße. Okay, nee, aber ich glaub, das wird geil. Ich glaub, das wird richtig geil. Was passiert hier? Oh, bin ich im Ball wieder? Ich bin wieder am Ball. Yo. Oh, 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 was? Oh, guck mal. Oh, oh. Wohin? Wohin? Oh, oh, oh. Schon, ja? Nein, das wird mit der Zeit nichts. Wo ist der Schalter? Oh, mein Gott. Oh, 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 oh. Oh, mein Gott, wer ist er? Der Drache wieder. Die Lava wieder. Ja, aber die Steuerung mit dem Ball ist gar nicht so bad. Ja, der steuert sich echt geil irgendwie. Okay, hier sind wir beim Drachen. Guck mal, wie geil der auch aussieht. Ah, das sind mehrere. Oh, jetzt hab ich ihn so. Und, bam. Okay. Bam. Das letzte der normalen Speziallevel. Digga. Also, nee. Nee. Das letzte der normalen Speziallevel. Und wir sind wieder selber ein Goomba, oder? Ja. Den nehme ich? Ja, okay. Die hassen mich trotzdem. Die hassen mich, obwohl ich ein Goomba bin. Das ist so frech von denen. Geh hoch. Geh hoch. Oh, hä? Wie soll man da durchkommen? Okay, vielleicht ist es doch nicht so schwer. Bam. Yes. Okay. Oh, oh. Hä? Ich hätte springen müssen. Okay, ja. Wenn man springt, dann kann man das mal rauszögern. Was verdacht ist. Also, was verdacht denn? Das ist ja... Das ist ja nichts, du. Okay, ja. Die kann jetzt easy. Die nehme ich hier mit. Als würde ich nicht so eh jede Coin mitnehmen. Oh, hier kommen wieder welche, oder? Okay, komm. Warte die letzte ab. Und jetzt hinterher. 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 Okay, was ist das denn jetzt? Was ist das denn jetzt? Ich bin der schlechteste Mario-Spieler. Mit einer aufgehangenen Cam. Die gehen sie im Muskel auf. Meine Cam kommt gar nicht auf die Dunkelheit, klar. Aber die übertreibt doch. So dunkel ist es jetzt doch wirklich nicht. Das ist ja Betrug. Das ist ja wirklich... Das war ein Millimeter, okay? So, mal schauen, was hier so abgibt. Ich kann doch auf die Zelt drauf, oder? Ja, jetzt geht's natürlich. Klar, klar, natürlich. Natürlich ging's nach vorne nicht. Ja, ich weiß Bescheid. Ja, die werde ich ja nicht holen. Die ist ja unmöglich zu holen. Die habe ich geholt tatsächlich, meine Freunde. Aber ich komme halt jetzt nicht hoch. Aber ich komme hoch. Okay, dann ist tatsächlich alles gut, meine Freunde. Dann geht's mir gut. Das Level hat mir ja meine Nerven gekostet, Digga. Oh! Okay, wir können in Special, Special Level Nummer 1 rein da wirklich. Okay, mal schauen, was mich hier in diesem Halbfinale erwarten wird. Das ist ein Spinner. Ja, ich komme durch. Boah! Ja, okay. Hätte ich warten müssen. Boah! Ganz viele Dinge, die hier passieren. Dinge geschehen! Ja, komm. Lasse! Spike! Kugel! Bam! Ja, 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 komm. Ich komme durch, ich komme durch. Kugel, Kugel Wilskis. Ey, es passiert so viel. Es passiert so viel. Ich habe noch nicht alle Coins. So schnell? So schnell! Nein, ich dachte, ich kann auf die da aufspringen. Warum kann ich auf die da aufspringen? Ich gucke doch nicht nach oben. Hä? Dieses Level ist zu lang. Dieses Level ist zu lang. Ich muss das alles wieder machen. Und das ist die letzte, ja? Und hier war ich dann dumm. Aber da bin ich jetzt ein bisschen... Vorsichtiger! Vorsichtig sein! Ich fass es nicht. Ich fass es nicht. Hier, ich habe es. Ich habe es geschafft. Hier, ich habe es geschafft. Mir geht es gar nicht gut. Hm, 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 hm.